Also was tun gegen die Langeweile? Ich habe das Spazierengehen wiederentdeckt. Zum Beispiel hier an der Ruhr in Kettwig, beziehungsweise da sieht man die Ruhrtalbrücke, also Mintart auch. Es gibt sehr, sehr viele schöne Ecken in Essen. Hardenbergufer zum Beispiel auch, also da Kupferdreh. Heisingen kann man schön laufen, aber auch am Rhein-Herne-Kanal entlang. Also probiert es einfach mal aus. Macht Spaß.